So, da bin ich wieder heute mit einem weiteren Bitpanda Portfolio Update und wie ihr es im Hintergrund sehen könnt, ich habe es letzte Woche leider verschrien, sind wir ein bisschen im Minus. Ein bisschen mehr als ein halbes Prozent, ungefähr 200 Euro diese Woche. Gut, ich habe mir auch nicht erwartet, dass Bitcoin jetzt so einfach durch die 25k kommt, habe ich letzte Woche auch gesagt. Ist jetzt auch eingetreten, aber dazu dann im Chart mehr. Wie immer starten wir mit dem Wochenrückblick, dann springen wir zu den Bitpanda News. Da gibt es nämlich auch wieder neue Coins und neue Staking Coins, das schauen wir uns alles an. Und dann kommen wir auch schon zu den Charts von Bitcoin Best und Bantos. Aber wie jede Woche ziehen wir zuerst einen Gewinner und diese Woche hat gewonnen MrFlixiboo. Danke fürs Update, Hashtag HenrysPandas. Ja, ich gratuliere dir, ich schreibe dich dann unten in den Kommentaren an. Du schickst mir dann deine Adresse rüber und die NFTs sind dann schon auf dem Weg zu dir. Für alle, die diesmal kein Glück hatten, einfach Hashtag HenrysPandas unten in die Kommentare und ihr nehmt am Gewinnspiel teil. So, aber nun genug von den NFTs, starten wir ins Video. So, im Hintergrund könnt ihr mein Bitpanda Portfolio sehen. Die Gewinner der Woche habe ich euch wie immer größer gemacht. Wir haben hier Dodo mit über 63% im Plus, IrisNet mit über 78% im Plus, AlchemyPay mit über 90% im Plus und Stax mit über 147% im Plus. Ja, wie schaut es bei mir im Portfolio aus? Diese Woche nicht so prickelnd. Wir sind ein bisschen abgesackt. Nämlich Matic hat ein bisschen nachgegeben und GIT hat auch ein bisschen nachgegeben diese Woche. Bei Matic gab es zwar die positive News mit Siemens, aber dann die 20% Entlassung, weil die da gewisse Teile von Matic zusammengeführt haben, hat dann doch so ein bisschen für FUD gesorgt. Leute haben sich gefragt, ob Matic ausreichend finanziert ist oder warum sie diese Einsparungen machen. Also ich glaube, die haben keine Finanzierungsprobleme. Die haben 450 Millionen eingenommen, damals durch diese Investorenrunde. Und nach den letzten Angaben müssten noch mehr als 200 Millionen davon übrig sein. Also, ja, ist glaube ich ein bisschen unberechtigter Fahrt und ich glaube, das wird sich dann auch wieder auflösen und in die andere Richtung pushen. Was hat sich am Portfolio sonst so getan? Eigentlich nicht viel. Wir haben wieder unsere Best Rewards, die Polygon Rewards und die Graph Rewards in Cosmos rüber geswappt. Ich zeige euch das Ganze hier in diesem Fenster, weil da sieht man das Ganze wieder ein bisschen besser. Also wir haben unsere Rewards, alles was über den 3500 Matic ist, wieder in Cosmos rüber geswappt. Und dasselbe hier bei der Graph auch wieder in Cosmos rüber geswappt und unsere Best Rewards in Cosmos rüber geswappt. Jetzt wurden ja wieder die Staking Rewards angepasst. Das heißt, bei manchen Coins bekommt man jetzt mehr, bei anderen wieder ein bisschen weniger. Und es ist jetzt so, dass wir bei Polygon und der Graph weniger Staking Rewards bekommen als Cosmos. Das kommt jetzt meiner Umschichtstrategie auch ein bisschen zugute. Wenn wir uns die Staking Rewards anschauen, diese Woche hat uns Polygon und der Graph 11,25 Euro eingebracht. Da jetzt die Staking Rewards wieder angepasst worden sind, wird das wieder ein bisschen weniger sein. Dafür werden wir mit Cosmos jetzt langsam in die 1 Euro Region kommen. Wir sehen auch bei Polkadot haben wir schon die 1,47 Euro circa. Jetzt im Moment liegen ein bisschen weniger als 9.000 Euro im Stake, wegen den Kursverlusten. Jetzt müssen wir halt schauen, wo sich Polygon einpendelt. Wenn das eh nicht tiefer fällt und der FUD vorbei ist und es geht wieder in die andere Richtung, sind wir schnell wieder über den 9.000 Euro. Und dazu haben wir ja auch noch unseren Joker The Graph, wo ich mir auch eigentlich noch ein bisschen mehr Action erwarte. Polkadot und Cosmos haben ja auch langsam ein bisschen was zugelegt. Aber da die Positionen im Verhältnis zu den anderen ein bisschen kleiner waren, wirkt das halt jetzt nicht so extrem. Ich finde, hier sieht man das immer am besten. Ich finde, hier kann man die Kursverluste und so immer am besten dann vergleichen mit den Wochen. Und ja, Polygon ist jetzt ein bisschen unter 15%. Da merkt man, da hat es ein bisschen was verloren. The Graph hält sich über den 10%. Dann haben wir jetzt noch Pantos, das hält sich auch bei den 5%. Dann haben wir noch die Bitcoin-Position, die auf Binance liegt. Gut, die hat sich auch nicht verändert. Die Polkadot sind ein bisschen gestiegen. Und jetzt sehen wir hier, Cosmos bekommt jetzt auch schon die eigene Zahl. Also 1,5% haben wir jetzt in Cosmos umgeschichtet. Also 1,5% von diesem ganzen Portfolio sind jetzt rein aus den Rewards von den letzten paar Wochen entstanden. Und diese Position schüttet uns ja dann auch wieder Cosmos aus. Also wächst von selber weiter oder wenn wir es dann umschichten, bauen wir dann die nächste Position auf. Also jetzt im Moment schichten wir nicht um. Jetzt stakt das einfach vor sich hin. Ja, dann haben wir bei der Coinbase Aktie einen kleinen Rücksetzer wieder gesehen. Bei der Bitcoin nicht durch die 25k ist Coinbase auch gleich wieder ein bisschen zurück. Und ja, IOTA hat es dafür wieder ein bisschen nach vorne geschoben. Das staken wir für die Assembly. Wer sich dafür interessiert, das habe ich im letzten Video nochmal genauer hergezeigt. Gut, der Rest bewegt sich jetzt nicht viel. Auch die zwei kleinen Mini-AI Positionen haben sich eigentlich nicht vom Fleck bewegt. Die sind ungefähr noch in der selben Region, wo wir sie gekauft haben. Ein bisschen plus, ein bisschen minus. Also jetzt Ocean und Fetch AI für die Leute, die das nicht verfolgt haben. Aber kommen wir zum spannenden Part zu den Rewards. Da jetzt der BTC da nicht durch die 25k gegangen ist und die anderen Coins jetzt nicht weiter gestiegen sind, werden wir es nicht schaffen über die 200 Euro zu kommen. Außer wir sehen in der kommenden Woche den Push über die 25.000 beim BTC. Und der Rest zieht mit hinterher. Ich hoffe dennoch, dass wir den Dezember vom letzten Jahr schlagen können. Also hier auf jeden Fall über die 150 kommen. Also wenn es nicht noch tiefer runter geht, sollte sich das ausgehen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, wie auch noch der März und der April wird. Im Akkumulierten schaut das jetzt natürlich nicht so rosig aus. Wenn die Coins wieder fallen, dann werden wir nur ein bisschen steigen nächste Woche. Laufen zwar noch parallel. Also März, April muss jetzt der Boost kommen sozusagen, dass wir hier schön hinaufwandern und nicht hier durchbrechen. Wer das nicht verpassen will, ihr wisst eh Bescheid. Den Kanal abonnieren. So, genug von der Eigenwärmung. Das war es jetzt auch schon mit dem Wochenrückblick. Jetzt springen wir in die Bitpanda News. Es gibt wieder ein neues Panda Insights. Lasst ein Like da. Link ist unten in der Videobeschreibung. Drei neue Leverage Tokens sind dazu gekommen. Sol 2L und Dodge 2L. Gut, bis auf Chainlink sind jetzt gerade alle im Minus. Aber hier haben wir Dodge 2L und Solana 2L. Ja, ich bekomme total unterschiedliche Erfahrungsberichte. Die einen sagen, das ist total praktisch, zahlt sich voll aus für kurze Trades. Die anderen sagen, es wird zu viel abgezogen. Da wäre halt interessant gewesen, wenn ihr dazu schreibt, wie lange war dieser Trade offen. Ja, weil fürs Ausbauen zahlt man ja einen Zins und der spiegelt sich ja dann auch in diesem Gewinn dann wieder. Das wäre noch interessant gewesen. Aber anscheinend die Leute, die kurze Trades damit gemacht haben, sind sehr zufrieden. So, was ich jetzt aus den Kommentaren halt rausbekommen habe. Ja, falls ihr schon Erfahrungen gemacht habt damit und ein bisschen was berichten könnt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Schreibt aber auch dazu, wie lang dieser Trade war etc. Damit man so ein bisschen abschätzen kann, wie sich der Zins auf den Gewinn auswirkt. Dann kommen wir zur nächsten News. Es wurden wieder ein paar Pests verbrannt, wie jeden Monat. Dieses Monat wurden 2.253.244 Pests verbrannt. Gut, wir wollen Richtung zu den 3 Millionen rauf. Das ist unser nächstes Goal. Aber dass wir uns über den 2 Millionen halten, ist schon ein sehr gutes Zeichen. Also es deutet darauf hin, dass auf jeden Fall mehr Volumen bei den Bestwips unterwegs ist. Und da wir wissen, dass da noch nicht die White-Level-Partner dranhängen, ist das eine ganz gute Zahl. Davor wäre es ein bisschen bedenklich gewesen. Ja, Bitpanda hat auch schon einen kleinen Hint gegeben. Wir haben gehört, dass die nächsten Wochen für unsere Bestwips auch spannend werden sollen. Ja, was kommt da bloß? Ja, und ich denke auch, dass sich die Leute freuen werden. Also alle Bestwips, also ich glaube alle werden sich freuen, aber alle Bestwips werden sich noch mehr freuen. Und weiter geht es in der Newsrunde. Bitpanda gibt richtig Gas. Der nächste Coin wurde auch schon wieder gelistet. Synapse habe ich mir bis jetzt noch nicht angeschaut. Wenn ich mehr Zeit dafür habe, schaue ich da mal rein. Vielleicht ist es ja eine Konkurrenz zu Pantos. Vielleicht auch nicht. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Weiter geht es. Denn es gab auch drei neue Staking-Coins wieder. Nämlich Audius, Audio, Osmosis, Osmo und Akash, AKT. Auf jeden Fall interessante Staking-Prozent-Sätze. Natürlich kommt es immer auch auf die Inflation ein. Muss man sich dann ein bisschen genauer anschauen. Aber auch hier sehen wir es bei Cosmos. Cosmos ist jetzt schon über Kaba von den Prozenten her. Also das Umschichten in Cosmos hat sich für die Zeit im Moment ausgezahlt. Weil wir einfach mehr Rewards jetzt rausbekommen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt hergehe wie ein Honk und meine komplette Position rüberschichte. Man sollte nicht nur auf die Prozentzahlen schauen. Weil der Graph hat sicher glaube ich ein bisschen mehr Potenzial vom Wachstum jetzt noch als Cosmos. Das sollte man natürlich auch immer im Blick behalten. Eigentlich sollten wir mal ein Video machen über alle Staking-Coins, die es auf Bitpanda gibt. Habt ihr da Bock, dass ich mal ein Video mache, wo ich so kurz jedes Projekt durchgehe? Dann schreibt es unten in die Kommentare, dass da ein Like da drückt. Auf den Abo-Button, Leute. Nein, ich habe letztens nur die Statistik gesehen und das hat mich wirklich deprimiert. 60% der Leute drücken nicht auf Abonnieren. Das heißt, ich muss das öfter in den Videos erwähnen. Abonnieren, Abonnieren, Abonnieren. Nein, so machen wir weiter. Das ist jetzt keine richtige News, aber ich habe es nur gesehen. Der Markus Miller hat über Bitpanda geschrieben. Und ja, das fand ich sehr interessant. Ich finde ihn sehr sympathisch. Netter Kerl. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Es scheint so, als würden wir langsam so in Deutschland ankommen. Ich weiß nicht, ob das beste Grüße schon ein Hint war, aber wir müssen ihn auf jeden Fall auf die Bestseite ziehen. Vielleicht bombardieren wir ein bisschen seine Videos mit Kommentaren. Leute, was sagt ihr? Gut, jetzt sind wir alle News durch. Jetzt springen wir noch schnell in die Charts. Oh, wir starten wie immer mit dem BTC-USDT auf dem Eintalschart auf Binance. Und wie ihr sehen könnt, wir sind bei der Todeszone abgebreitet. Ja, hier bei den 25.000 aufwärts, da lag einfach so viel an BTC, das verkauft werden wollte. Da hätten wir wirklich, wirklich, wirklich viel Volumen gebraucht. Das war einfach viel zu niedrig. Die News lag es eigentlich gar nicht so schlecht, überhaupt was Asien angeht. Da geht in Hongkong gerade extrem viel ab. Mal schauen, ob das uns dann beim nächsten Versuch dann schon unterstützen wird. Momentan halte ich noch immer an meiner Theorie fest, dass wir hier einmal runterkommen. Vielleicht nicht ganz auf die blaue Linie. Wir sehen hier das 25-Tage-Moving-Average-Band. Ich denke mir, da werden wir auf jeden Fall einmal drauf tippen. Also das ist so meine Vermutung. Ja, vielleicht sehen wir da eine explosive Bewegung. Aber es kann auch durchaus sein, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen länger brauchen, als sich das so einige wünschen würden. Was ich halt sehr interessant finde, ist, dass in diesem Bereich gar nicht so viel liegt, wie hier jetzt da oben. Das heißt, es ist viel leichter, dann den Preis wieder von hier hier rauf zu pushen, wenn jetzt nicht viel mehr Orders dazukommen, als hier durchzubrechen. Also, was erwarte ich mir jetzt für die kommende Woche? Also, ich glaube eigentlich noch, dass wir ein Dipper sehen werden zu diesem Moving-Average-Band, zumindestens zu dem 25-Tage-Band. Vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer zu der blauen Linie, die wir das letzte Mal eingezeichnet haben. Aber auf jeden Fall, glaube ich, treffen wir dieses Band. Dann wird es sich entscheiden, sehen wir von dort eine starke Gegenbewegung. Je nachdem, wie viel Volumen und wie stark die ist. Wie gesagt, hier in diesem Bereich liegt gar nicht so viel. Es ist eher dann ab den 25k. Könnten wir vielleicht wirklich eine starke Gegenbewegung sehen. Vielleicht dann kommt die FOMO rein. Und dann schaffen wir es vielleicht sogar, drüber zu pushen. Wie wahrscheinlich halte ich das Szenario jetzt für nicht so? Wahrscheinlich, aber ich habe auch schon gedacht, wir kommen hier ein bisschen weiter runter. Und ich habe auch schon gedacht, wir kommen hier ein bisschen weiter runter. Also, da Bitcoin überrascht einen doch immer wieder. Das heißt, nur weil ich mir das erwarte, heißt nicht, dass passiert. Kann auch passieren, dass jetzt schon der Push kommt. Aber ich habe jetzt eher im Gefühl, dass wir noch ein bisschen weiter runterkommen. Und hier auch noch ein bisschen konsolidieren werden, bis wir den nächsten Anlauf hinbekommen. Aber wir haben auch schon hier Käufe gesehen. Vielleicht pushen wir auch schon schneller in die andere Richtung, als ich mir das wie immer erwarte. Kann auch durchaus der Fall sein. Bleibt auf jeden Fall spannend. Beim BTC springen wir jetzt nun zum West. Ja, interessant zu beobachten im Orderbuch. Ein paar Orders sind schon weiter nach oben. Richtung zu den 50 Cent gewandert. Ein bisschen mehr als zwei Henrys liegen noch in diesem 40 Cent Bereich. Und ja, bei den 30 Cent baut sich immer mehr Support auf. Sehr langsam und gemütlich. Ich glaube, die Leute warten darauf, dass Bitpanda liefert. Und wenn den Leuten dann das Produkt gefällt, dann bin ich schon mal gespannt, wie sich der Kurs entwickeln wird. Aber ich denke, das wird einige Leute auf der Bitpanda Plattform auch noch erreichen, die dann vielleicht noch keine VIP sind oder ein niedriges VIP Level haben und sich denken, hey, vielleicht stocke ich jetzt dann meine Best doch ein bisschen auf. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein höheres High gemacht als das da. Wir sind aber noch nicht durch die 33 Cent durch. Ich glaube, das wird sich ein bisschen ziehen, weil die Leute wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. Man kauft ja nicht die Katze im Sack. Deswegen glaube ich, werden wir die Auswirkungen erst auch beim Release sehen. Also was erwarte ich mir jetzt für ein Best? Ich habe jetzt ein bisschen das herumgeschoben, um einfach hier so die Kurve mit dem Cursor zu zeichnen. Also ich glaube, wir werden hier so ein bisschen herumkämpfen und werden auch immer wieder ein bisschen Druck nach unten erleben. Die Leute wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. Ich glaube aber, dass wir diese Zone beim Launchstand brechen können. Danach liegt nicht mehr so viel im Orderbuch. Ich glaube, ich könnte mir das eigentlich locker brechen, weil es sind zwei Leute, die sich dazu entscheiden, sich ein volles VIP Level zu holen im Orderbuch. Also was Best angeht, bin ich eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt. Wie gesagt, jetzt glaube ich noch nicht, dass wir direkt durch die 33 Cent brechen werden. Außer Bitpanda gibt noch ein paar Infos bekannt. Oder ich bekomme einen Interviewpartner, dem ich ein bisschen was entlocken kann. Ja, dann vielleicht sehen wir dann den Push über die 33 Cent. Aber im Moment bis zum Release, glaube ich, werden wir noch in dieser Area herumkämpfen. Ist nur so mein Gefühl. Vielleicht habe ich auch Unrecht. Und es entscheiden sich schon früher, Leute, ihr Best-Fib aufzustocken. Aber rein, was wir jetzt hier vom Volumen gesehen haben, in der letzten Woche würde das jetzt nicht reichen, wenn wir das die nächste Woche wieder hätten, um diese Area zu brechen. Deswegen glaube ich, werden wir hier wieder BTC mal antitschen und auch hier ein bisschen immer eine Gegenbewegung sehen. Gut, soviel zum Best. Also ich glaube, wir werden hier so ein bisschen herumkämpfen und auch ein bisschen hier ein bisschen runterkommen. Das erwarte ich mir schon, weil die Leute ungeduldig sind. Aber gut, ist nur so mein Gefühl. Springen wir zum Panthos. Da haben wir jetzt zweimal unsere Zielzone getroffen. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen reingesummt, dass man das ein bisschen besser sieht. Wir sind jetzt zweimal genau in diese Kaufzone reingedippt. Hier habe ich mir gedacht, werden wir guten Support sehen. Hat sich auch bewahrheitet. Das Fibonacci ist doch manchmal sehr, sehr praktisch. Ich glaube, die Leute, die hier ihre Orders gesetzt haben, haben, glaube ich, auch nichts falsch gemacht. Wir sehen jetzt auch schon, wir halten uns jetzt hier. Und ich glaube, wir werden jetzt uns hier auch so ein bisschen verharren. Vielleicht sehen wir auch noch ein Dipper, zwei Dipper. Aber ich glaube, das wird hier so das neue Support Level sein für den Moment. Weil wir sehen, Panthos wird jetzt auch immer aktiver auf Twitter. Das heißt, die kriegen da auch mehr Reichweite zusammen, wenn sie jetzt dann auch noch gute Partner announcen. Also es muss nicht mal eine Listung auf Binance sein. Also ich glaube, auch eine kleinere Börse wird dann wieder zu einem kleinen Push führen. Vor allem, wenn dann nicht nur Europäer einfach auf Panthos zugreifen können. Wenn jetzt zum Beispiel aus Asien, USA oder Brasilien jemand Panthos handeln will, dann kann er das ja nicht über Bitpanda machen. Weil er sich dort keinen Account erstellen kann. Das heißt, diese ganzen Märkte sind uns verschlossen, wenn sie nicht dezentral handeln über Uniswap. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Panthos genau auf Uniswap liegen. Müssen wir jetzt mal nachschauen. Aber ich glaube gar nicht, dass das so viel ist, dass sich da die Leute richtig eindecken können. Das heißt, ich glaube auch, wenn das Projekt bekannter wird, das heißt, wenn es ein paar Announcements gibt, wenn dann neue Blockchains und neue Partner und neue Börsen dazukommen und die jetzt im Verlauf bis zum Launch dann langsam so announced werden. Also ich weiß nicht, was genau der Plan von Panthos Team ist. Da habe ich überhaupt keinen Einblick darauf. Das muss ich auch sagen. Das sind alles jetzt nur Vermutungen. Vielleicht kommt auch gar kein Announcement bis zum Launch. Das erwarte ich jetzt nicht. Könnte aber durchaus auch sein. Ich denke aber, irgendwas wird sicher zwischendurch kommen. Und dann werden wir auch wieder bullische Bewegungen sehen. Aber was erwarte ich mir jetzt für die kommende Woche? Ich glaube, wir werden hier einfach ein bisschen zickzack verlaufen. Wie gesagt, vielleicht noch ein, zweimal in diesen Bereich reintippen. Außer es kommt ein Announcement. Das ist ja auch recht schnell gekommen. Das heißt, ich will jetzt nicht wieder sagen, dass sich das zieht und dann kommt irgendwas wieder. Also ich weiß nicht, wann das nächste Announcement kommt. Bis dahin, glaube ich, werden wir so ein bisschen hier zickzack verlaufen. Hier sieht der Support sehr gut aus. Wir haben zwar hier in diesem Bereich ein bisschen Widerstand, aber viel ist das nicht. Das heißt, wenn eine gute News kommt, brechen wir da easy durch. Ansonsten werden wir immer wieder hier rauflaufen und dann wieder hier runter. Ja, das ist so meine Vermutung. Also immer ein bisschen Richtung zu den 8 Cent und dann wieder ein Stückchen Richtung zu den 7,5 runter. Vielleicht auch ein bisschen unter die 7,5. Aber der Support, wie gesagt, sieht da ganz gut aus. Ja, das war es jetzt auch schon von meinem Bitpanda Portfolio Update. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ihr ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video.